Da waren wir dabei, aber alle weg. Das finde ich einfach. Es macht allerdings erst recht viel Spaß, wenn man Ugandinn ist in der größten Menge. Weil wenn ich mehrere Tiere stelle, man sieht dann wirklich jeden Tag. Bei mir, ich habe das teilweise Phasen, wenn ich schon sehe, dass jeden Tag zwei, drei Tiere rauskommen und jedes Tier so anders aus. Geil. Dazu schöne Größe, lässt sich leicht halten. Meiner Meinung nach leicht, wenn man ein bisschen Übung macht. Ja, aber ich habe die Grüne. Ja. 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 Ja.